Er hat es gerade gesagt, traurig. Wie geht es um die Stimmungslage bei Ihnen nach dem verlorenen Finale? Ja, ein bisschen eine Leere. Ich habe das Gefühl, in den letzten drei Matchen könnten wir einen gewinnen. Aber wenn man irgendwie vier Goal macht in fünf Spielen, dann reicht es einfach nicht. Dann muss man anerkennen, dass sie vielleicht besser waren. Trotzdem, wenn Sie zurück schauen, noch ganz kurz auf die Saison, sind Sie trotzdem ein bisschen stolz? Jetzt noch nicht geht es, ganz ehrlich, jetzt noch nicht geht es. Ja, es tut halt weh, aber vielleicht kommt es noch. Danke vielmals, Timbo. Danke.